Herzlich Willkommen zu den Fair Investiert-Kurznachrichten im April. Erinnern Sie sich noch an die Bilder des brennenden Amazonas Regenwaldes, die 2019 Menschen in aller Welt schockierten? Zwei Jahre ist das her, doch längst beanspruchen andere Themen unsere Aufmerksamkeit. Dabei ist die Lage weiter dramatisch. Rund 11.000 Quadratkilometer des brasilianischen Regenwaldes wurden allein zwischen den Sommern 2019 und 2020 zerstört. Das ist mehr als die Fläche Jamaikas. Wo vorher eine unfassbare Artenvielfalt herrschte, erstrecken sich nun Monokulturen und Weideflächen. Wir dürfen uns nicht mit der Zerstörung unserer Urwälder abfinden. Sie zählen zu den größten Schätzen der Menschheit und sind enorm wichtig für das globale Klima. Gemeinsam mit fast 100 kirchlichen Institutionen aus 18 Ländern haben wir daher an die brasilianische Regierung appelliert, den Regenwald besser zu schützen. Alle Einzelheiten zu dem Appell finden Sie in unserem April-Newsletter. Und das sind unsere weiteren Themen. Die deutsche Börse setzt auf Nachhaltigkeit. Was bedeutet der Kauf der Nachhaltigkeits-Rating-Agentur ISS ESG durch die deutsche Börse für nachhaltige Investoren? Wir haben hierzu mit Robert Hassler, Head of Corporate Responsibility von ISS ESG gesprochen. Und nächstes Thema, neuer Nachhaltigkeits-Report der Steiler-Fair-Invest ist erschienen. Holen Sie sich jetzt die aktuelle Ausgabe für 2021 mit aktuellen News, Informationen zu den Steiler-Fonds und vielen weiteren Themen rund um das nachhaltige Investment. Die ausführlichen Informationen finden Sie wie immer in unserem fair investierten Newsletter. Schauen Sie gleich rein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.